Hallo zusammen, ich mache eine Testfahrt mit Miles Motorrad und der Gasgriff klemmt immer zu. Also es ist schwer langsam zu fahren. Oh, wird Zeit, dass wir das reparieren. Ich sehe mal in der Werkstatt nach Einzelteilen. Kommt mit ihr Kleinen. Upsi. Ich helfe dir bei der Suche, Oma. Das Funkgerät ist noch kaputt. Keine Sorge, Geco repariert das. Oh, Miau, wow. Sieh mal an. Ich wollte schon immer mal ein Motorrad fahren. Wuhu. Andele. Motochikleta. Hier ist es, Miles. Oma, du brauchst den Schraubendreher. Was ist los, Oma? Bist du sprachlos? Nein. Cat ist auf meinem Motorrad. Ah, der Gasgriff klemmt. Ich kann nicht anhalten. Oh, heiliger Schraubendreher. Halte durch, Cat. Wir müssen uns beeilen. Komm schon, Geki. Darf ich dich fliegen, Liebes? Hä? Du kannst einen Hubschrauber fliegen? Bin etwas eingerustet, aber einmal Pilotin, immer Pilotin. Cat, alles okay? Geki, das Motorrad ist außer Kontrolle geraten. Es hält nicht an. Wir müssen es auch noch reparieren. Ich hätte erst fragen sollen. Warte, wer fliegt denn Helena? Keine Zeit für Erklärungen. Ich habe einen Plan. Oma, lass mich runter. Oh, wo? Oh. Ah, jetzt brauchen wir einen kleinen Kniff und reparieren damit Malz-Gasgriff. Oh, 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 oh. Beeil dich, Gekko. Ich mag kein Wasser. Brems jetzt, Cat. Ah. Ah. Tut mir leid, dass ich das Motorrad ausgeliehen habe. Eigentlich ist Malz Omas Freund. Wow. Du bist bestimmt Oma Gekko. Ich bin Catalina Felina, aber meine Freunde nennen mich Cat. Freut mich, dich kennenzulernen. Wenn du Motorradfahrstunden willst, frag einfach. Ich helfe dir gern. Du hast die beste Oma überhaupt. Oh, danke, Liebes. Ich mag sie, Gekki. Bis zum nächsten Mal. Bis bald.